Aber der brennt die ganze Zeit, ne? Ja, ich kann auch noch nicht mal einen Sperrbon neun Alter, brennt doch nicht alles an, du Arsch So, warte, jetzt kümmere ich mich drum Ja, in der Ruhr kann ich mir ruhig was craften Jetzt bräuchte ich dafür ein Ding Jetzt brennt er nicht mehr Komm, komm, no Warte mal Jetzt brennt er wieder Man muss ja doch sterben Oh, erstmal hier Blumen einsammeln, ne? Oh, der verfolgt dich immer noch Was ist das denn hier unten? Butler Siehst du denn das Ding da, was da unten ist? Welches Ding? Da, was jetzt links von dem Stein, von dem Typen ist, da Dieses komische Stein-Ding da Ja, sehe ich Warte, ich scheuche mich wieder Ich nehme wieder mit Autsch, ich bin tot Deswegen solltest du das Amulett nehmen Ja Ja, warte, die Sachen weißt ja wohl, die kommen mit Hattest du dich schon gemacht, geil? Das Amulett? Das Amulett, ja Nee Aber ich kann ja auch so eine Heilsalbe machen, ne? Ja Ja Alter Warum? Warum? Weil ich das immer riskiere, weißt du doch Mhm Aber jetzt ist das ja generell nicht so schlimm Ja, aber es kostet Oh, Schmetterling Kostet ihr zu viel Leben, ne? Ja, 20, ne? Ja gut, das Ich habe jetzt nur 43, also ich muss irgendwie erst mal das Leben vollkriegen Mhm Oh, was war das denn noch? Äh, Survival Was? Was kostet das denn? Das kostet 16 jetzt bei mir, Warte Hier Danke Und dann lebe ich wieder Ja, hol dir auch deine Sachen Ja Der hättest bestimmt irgendwo wieder hingepflanzt Hint den scheiß Schmetterling, hint den Floor Aber Schmetterlinge bringen echt mehr als Blumen Mhm Deswegen musst du dir eigentlich einen Kescher machen Ich habe sogar zwei, aber ich will die da nicht mitfangen Abigail wiederbeleben, for the win Der lebt immer noch Ja Der läuft immer noch durch die Gegend Aber der lässt mich gerade in Ruhe Dankeschön Vielleicht muss ich um Essen oder um Leben kümmern Das nächste Netz ist kaputt Mhm Ach mein Gott, Samen fehlen Es fehlt so viel Zeug momentan Ja Meiner Heiliger Mist Na, ich da nur zu Du heilige Scheiße bist, das ist mir Soll ich die mal machen, die heilige Scheiße? Hm? Soll ich mal machen, die heilige Scheiße Ich wollte eigentlich Bienen fangen Und dann Beziehungsweise erst Holz holen Und dann diese Scheiße Ja, passiert Weißt du doch Aber ich weiß nicht, wie man die richtig töten kann Keine Ahnung Vielleicht so Oder Attacken irgendwie Ja, wenn du attackst Dann greift er dich sofort an Ja, dann musst du irgendwie so eine gute Taktik haben Und einen neuen Speer Den wollte ich noch machen Ach ja, da fehlte mir so ein Flint Und so eine Stimmt ja Blum, fluttern, blum, fluttern, blum, 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 blum Oh mein Gott, ey Weißt du Erst hinten die fetten Spinnen Weißt du, dann kommen noch die Hunde Und jetzt das Super Was kommt noch? Besten die Glubsch-Augis, ey Die Walröster kommen auch weit, ne? Oh, die kommen ganz, ganz spät Die kommen, glaube ich, ab Tag 40 oder so Wenn wir Winter haben, kommen die Oh, die werden noch brutaler Dann gibt's noch diese komischen Yeti-Menschen Die aber irgendwie halb Halb Yeti, halb Monster sind Nein, nicht, nicht essen, nicht Den brauche ich Halt mal stehen Warum? Warum? Schmeiß doch einfach hin Da Butterfly Soll ich da jetzt mit? Muss nur noch töten und essen Achso, danke Achso Deswegen hast du den jetzt gefangen Ich hätte den jetzt gelassen Wär jetzt nicht so wild gewesen Ich hab jetzt auch zu 90 Leben wieder 35 Aber ich geh gleich pennen Ich hab grad extra für Essen ein bisschen gesammelt Wo geht mein Leben noch? 108 Okay Na guck Es hat 10 Leben eben gegeben, das Monsterfleisch Na ja, jetzt zwei Schön Ist auch idiotisch So, erstmal wieder neuer Speer bauen Weil ich hatte ja wieder Welche gehabt, aber nein Müsste ja wieder auch kaputt gehen Ja Ist halt so, ne? Zentos mich mobbt Das iPhone-Flash Kann ich hier pennen? Ne? Sleep, 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 sleep Vor allem erst mal ganz schnell in den Kühlschrank reingetan Die Feder Ja, die Ich wollte damit eigentlich die 100 sind Aber ich dachte nicht, dass wir die doch noch schnell kaputt gekriegen Da haben wir Glück gehabt, ne? Ja, da hatten wir wirklich Glück gehabt Total komisch, aber Jetzt gleich wieder dunkel Ja, da geh ich nämlich pennen Pendeln Und ich mach gleich auch mal einen kurzen Cut, wenn ich im Haus bin Ja Stunde zwölf schon So eine Stunde Auf jeden Fall Gras bauen wir noch Grasbüschen irgendwie Ja, aber wie viel Gold wir haben, ne? Ja, aber es wird auch weniger Ja Besonders wenn du dann sagst, komm, weißt du was Ich mach mir ein paar Goldwerkzeuge Das ist total Eigentlich sind die ja besser Ja, aber sinnlos Ach, geh schlafen Das machen wir erstmal Herzenvoll Hm, Centos auch schlafen Ja Der Biger kann ja ein bisschen rumschwinnen draußen Aber guten Erfolg gehabt, ey Ja Aber Marbles tut es, bräuchten wir irgendwie Besser Waffen Ich weiß nicht, ob das irgendwelche bessere Waffen gibt Und wir müssen uns einbauen Wir müssen uns ein bisschen besser einbauen Oder ein bisschen mehr Schutz haben Weil Strohwände bringen nix Normalerweise Steine Ja, Steine müssen wir farmen auch gehen Aber Holz brauchen wir auch Ja Für den Winter Ja Weil da brauchen wir diese Thermalstones Und dann müssen wir uns welche aufladen Und die müssen immer da liegen bleiben So vier brauchen wir auf jeden Fall Damit wir Einen aufladen können Die Rest bleibt im Lager Und wenn wir wiederkommen Das direkt wieder neue Mitnehmen kannst Ja Naja, mir hat das eben gar kein Leben gebracht Mir bringt das total viel Leben Ich hab 101 jetzt Mir hat das gar kein Leben gebracht Mir hat das nur ganz schön viel Hunger weggemacht Ja, das macht es sowieso Hunger Hunger macht es minus zwei bei mir Plus ein Gehirn Und plus zwei Herzen Und das ist total geil Total geil? Geil, geil, geil So, hab ich... Oh, irgendwas hat mein Essen... Oh, shit Ich hab schon wieder von diesem gammeligen Zeug was Das ist immer total behindert Ultimal behindert bin ich Fisch ist schon gestorben Ah, egal Vergammelt Kochen Äh, lalalalalala Ach als Maul Was ist denn? Nix Das würde so sein ach als Maul Etwas, jetzt esse ich mal die OLTER, die Froschdinger 7... Wo ist der eingeschlagen? Weiß ich nicht Ich will aber weiter Holz schlagen hier abholzen so, Felder sind auch wieder geerntet weiter abholzen, weiter abholzen, weiter abholzen kann ich kein Werkzeug herstellen, was fehlt mir denn? ach, mir fehlt so ein scheißes Rock wir kriegen immer mehr Essen zusammen nee, glaub mir, das wird weniger ja, wir kriegen jetzt aber grad immer mehr dazu, du Affe also vom Feld na gut, es geht aber ich finde es geht, es geht, es geht es geht, es geht, aber das war wenig Platz drin das war der Blitzableiter na gut jetzt brauche ich mal ein bisschen davon na, da muss ich gleich auch nochmal dran einmal ein